Stimmt, das habe ich gesagt, dabei bleibe ich auch und es kann nur passieren, wenn der FC Bayern schwächelt. Und das glaube ich eben nicht, weil es ist zu viel Substanz, zu viel Persönlichkeit, zu viel Erfahrung. Da ist immer noch keine Garantie, aber das ist ja nur eine Analyse, weshalb ich gesagt habe, dass ich die Konkurrenz nicht sehe. Aber die Leistungen sind trotzdem anzuerkennen, speziell von Leipzig und das ist schön für die Bundesliga.